Nationale Frauenwacht. Verdammt, jetzt stell dich mal nicht so an. Verzeihung, könnte ich für einmal 40, zweimal 20 bekommen? Natürlich, bitte hier herum, Madam. Haben Sie keine Angst, kommen Sie schon. Hier geht es runter. Hey Mädels, ihr seid gerade gewechselt worden. Ich hoffe, das ist noch in Ihrem Geschmack. Schönen Tag noch. Danke.